Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video habe ich eine Haul für euch. Und zwar ist das eine Fashion Haul. Und ich habe auch noch ein paar Nagellacke und zwei Pflegeprodukte dabei. Und ich denke, ich fange mit den Pflegeprodukten an, weil es ja so wenige sind. Und ich hoffe, ich überlebe diese Haul. Ich bin so müde. Ich könnte jetzt hier einschlafen, mitten auf dem Boden oder an dieser Wand. Ich könnte einfach nur noch schlafen. Weil ich am Samstag war es... Es war nicht mega warm, aber ich weiß nicht, was ich hatte. Aber mein Kreislauf ist total zusammengebrochen und ich bin zweimal ohnmächtig geworden. Und seitdem bin ich einfach nur noch müde. Und es ist mir schon öfters passiert, dass ich ohnmächtig werde. Meistens im Sommer und meistens, wenn ich super viel Stress habe. Und es ist eigentlich ziemlich egal, ob ich esse oder trinke oder nicht esse oder nicht trinke. Weil es sagen ja immer, du musst viel trinken und essen natürlich. Und auch wenn ich das mache, werde ich ohnmächtig. Und eben meistens im Sommer und wenn ich super viel Stress habe. Und das war jetzt wieder der Fall. Und seitdem bin ich einfach müde und ich habe solche Kopfschmerzen. Ich habe das Gefühl, wir sehen solche zwei Metallplatten in meinem Kopf und wir mit meinem Gehirn zusammenquetschen. Es ist so schmerzhaft und ich könnte einfach nur schlafen und schlafen und schlafen. Und ich habe auch die letzten zwei Tage geschlafen, weil heute habe ich wieder frei. Weil sich meine Chefin Sorgen um mich macht. Aber ja, übrigens, ich bin vor dem Laden ohnmächtig geworden. Und ich habe gesessen zum Glück, weil wenn ich gestanden wäre, hätte ich mir den Kopf noch fester angeschlagen. Aber so habe ich mir den Kopf nur an der Wand angeschlagen. Und als ich das zweite Mal nur ohnmächtig wurde, habe ich mir den Kopf an der anderen Wand angeschlagen. Weil ich habe auf meine Mitarbeiterin gewartet und sonst ist sie immer sehr früh dort. So sind sie immer um Viertel vor zehn oder halb zehn dort. Und ich war schon um halb zehn dort und sie kam erst um zehn. Und ich war dann da, ähm, und ich habe dann halt auf sie gewartet, ne, ich war halt so Essen kaufen und dann bin ich wieder zurück. Und irgendwie war mir jetzt ständig so warm und so schwindelig. Und man hat so dieses gewisse Gefühl, wenn man ohnmächtig wird. Wenn ihr schon mal ohnmächtig geworden seid, dann wisst ihr, welches Gefühl ich meine. Es ist nicht einfach so, dass man umkippt, also bei mir auf jeden Fall nicht. Sondern ich merke, wenn ich ohnmächtig werde und dann habe ich meistens auch Zeit, mich hinzusetzen. Außer ich bin im Zug und der Zug ist vorne nicht im Stehen oder sowas. Dann kann ich natürlich nicht mich irgendwo hinsetzen. Was mir auch schon passiert ist mit dem Zug, das war auch ganz peinlich. Und dann wusste ich, dass es passiert ist und dann bin ich hingesessen und dann bin ich halt ohnmächtig geworden. Und ich habe gar nicht träume, weil es ist immer so, man träumt irgendwas und man denkt, man ist voll am Schlafen. Und dann macht man die Augen auf und ich einfach so mitten in Zürich sitze dort und bin ohnmächtig geworden. Und ich habe es jetzt gar niemand gemerkt, weil es sah so, als würde ich schlafen. Weil ich einfach mich so dort angelehnt habe und so gemacht habe. Und dann bin ich so aufgestanden und dann bin ich halt vor die Türe, vor unserem Geschäft. Weil man kann sich gar nicht beherrschen. Man kann jetzt nicht aufstehen und einfach stehen bleiben und sich so beherrschen. Weil du kannst dich gar nicht auf den Beinen halten. Und ich so, oh mein Gott, anstatt ich jetzt auf dem Boden sitze, hocke ich doch lieber vor das Geschäft. Was auch nicht gerade ideal ist. Aber dort hat es Schatten. Und dann bin ich dort wieder unnächtig geworden. Und dann bin ich in den Laden rein und dann kam irgendwann meine Mitarbeiterin und sie so, ist dir schlecht? Jetzt hat sie gemeint, ich sei müde. Sie so, oh bist du müde und so. Und ich so, nee, ich glaube ich muss kotzen. Und sie so, oh mein Gott, musst du dich übergeben? Ich so, ja, ich muss dich übergeben. Und dann hat sie eine Panikattacke gekriegt, weil anscheinend weiß sie nicht, was sie machen soll, wenn Leuten sowas passiert. Und dann hat sie die größere Panikattacke gehabt als ich. Ich wollte mich einfach nur hinlegen, weil dann ist das Blut wieder gleichmäßig im Körper, wisst ihr was ich meine? Und der Kreislauf geht wieder ein bisschen nach oben und ein bisschen Wasser trinken. Und bis sie mal den Laden aufgemacht hat, weil sie solche Panik hatte. Und dann bin ich einfach, sie so, geh doch auf die Toilette und ich so, ich kann nicht laufen. Weil du kannst einfach, du kannst wirklich nicht laufen. Du krachst so gleich zusammen. Und dann bin ich wirklich in den Laden rein und ich bin dann direkt so auf den Boden geknallt und bin einfach dort liegen geblieben. Und ich so, oh mein Gott. Und dann ist sie kranken worden gekommen und so weiter. Und seitdem bin ich irgendwie ganz müde und ganz komisch, was sonst eigentlich nicht passiert. Weil sonst werde ich unwichtig, stehe wieder auf. Also besser gesagt, lege mich ein bisschen hin. Irgendwann stehe ich wieder auf und dann ist alles wieder okay. Aber jetzt wirklich so seit drei Tagen bin ich so total, ganz komisch. Ich war gerade mit der Haul. Ihr wisst, ich muss jetzt erst eine Geschichte erzählen. Ich habe mir im Globus dieses Caudelieu Eau de Beauty Spray gekauft. Das ist ein Gesichtswasser. Man kann das vor dem Make-up auftragen, nach dem Make-up. Ähm, während dem Make-up. Also eigentlich immer. Und man kann das auch als Gesichtswasser verwenden oder einfach nur als Erfrischung. Ich benutze das einfach als Erfrischung zwischendurch. Meine Haul ist wirklich gerade sehr, sehr trocken, weil ich eine neue Gesichtspflege ausprobiere. Und die preist und spannt wirklich ganz fest. Und da habe ich mir sowas, habe ich gedacht, sowas wäre ganz gut. Und ich habe das auch bei ganz vielen Beauty Gurus gesehen, bei den so Englischen. Also wirklich Engländer, nicht Amerikaner. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann ist es sehr gut. Weil ich wollte eh eins kaufen. Aber weil ich das ja schon auf YouTube gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das ist bestimmt gut. Es hat so einen intensiv starken Geruch. Mir wird gleich schlecht davon. Vor allem jetzt, weil, wie gesagt, seit ich so ohnmächtig geworden bin, ist es mir so ganz merkwürdig. Und mir wird richtig schlecht. Also jetzt kann ich mir das nicht aufs Gesicht spüren. Ich müsste, glaube ich, kotzen. Aber sonst kann ich es sehr gut ertragen. Und ich habe noch eins von Clinique, was ich euch in einem anderen Video vorstellen werde. Dort werde ich euch die neuen Sommerprodukte von Clinique dann vorstellen. Dann habe ich eine Origins Drink Up Intensive Overnight Mask. Die trägt man aufs Gesicht auf und dann geht man schlafen. Das ist also eine Maske, die man nicht abwäscht. Also man trägt sie auf, geht schlafen, steht am Morgen auf, die ist in die Haut eingezogen. Und die Haut ist wirklich baby weich. Das kostet 37 Franken. Und das habe ich von Yelmoli. Und Origins gibt es leider nicht mehr in der Schweiz. Darum habe ich auch eine neue Gesichtspflege, weil ich das nicht mehr kaufen kann. Darum habe ich mir das noch gekauft. Aber bis Ende Sommer sind überall in der Schweiz alle Origins Produkte weg. Und das habe ich mir noch geholt, weil meine Haut wirklich, wie gesagt, sehr spannend reißt. Darum wollte ich das unbedingt haben. Und es hilft wirklich ganz gut, wenn ich von morgen aufstehe, ist meine Haut super schön und baby weich. Dann war ich gerade vorher FedEx hier und habe mir Nagellacke gebracht. Und es waren Riesenpaket und es waren drei Nagellacke drin. Das ist von der neuen China Glaze Kollektion. Also die neueste, die es in Amerika gibt. Ja, und das habe ich von China Glaze bekommen. Also einmal habe ich Elephant Walk. Die ist ganz schön. Einmal habe ich Exotic Encounters. Und ich habe schon so eine ähnliche Farbe. Und dann habe ich Perfect Plum. Und so eins habe ich auch schon. Ich habe das Gefühl, China Glaze macht ständig solche Farben in Lacken, so Beinfarben. Und ich habe schon ganz viele von denen. Dann komme ich zu den Kleidern. Ich war bei H&M gestern am Flughafen, weil sonntags ist nur der Flughafen geöffnet. Ich wollte eigentlich in die Apotheke. Aber ich habe ein Rezept bekommen für solche Tropfen, die den Kreislauf so in Schwung bringen. Weil ich ja heute ständig ohnmächtig werde. Und dann wollte ich die abholen. Und die Frau hatte sie dort nicht. Sie hatte die normal. Aber ich brauche irgendwie die Plus. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich halt mit dem H&M einkaufen. Und ich habe mir die Schuhe hier gekauft. Und die habe ich schon ganz oft im H&M gesehen. Und jetzt habe ich eigentlich gedacht, okay, kauf sie endlich. Weil ich brauche unbedingt Ballerinas. Weil ich habe ganz viele Sandalen und so. Aber so Ballerinas und sowas halt habe ich gar nicht. Die, die ich habe, ist entweder zu klein oder zu groß. Oder meine Schwester hat mir erstens fast alle meine Ballerinas geklaut. Dann hat sie sie zerstört. Und sie hat sie total ausgelatscht, weil sie hat super breite Füße. Und darum brauche ich neue Ballerinas. Und ich war gerade am Samstag bei ihr, ja. Nachdem ich ohnmächtig geworden bin, haha. War ich mit meiner Schwester und ich habe meine All-Star-Stock gefunden. Dann habe ich meine Leoparden-Ballerinas-Stock gesehen. Und meine rosafarbenen Ballerinas, die ich schon überall suche, waren auch dort. Und die türkisfarbenen Ballerinas waren auch dort. Und die waren aber so ausgelatscht, dass sie mir gar nicht mehr gepasst haben. Und ich suche die Schuhe überall, ne. Die waren 29,90. Ich habe die Größe 38 bei den Schuhen. Und das ist ein bisschen zu groß. Ich habe es nicht anprobiert. Ich hatte Wedges an. Und bei H&M kann man ja umtauschen. Darum habe ich es nicht anprobiert. Aber ich habe bei H&M eigentlich immer ein 38. Es geht zwar schon, aber hinten ist halt ein bisschen locker. Und dann die auch noch. Oh, die sind so süß. Die passen zu meiner Jacke. Die mit den Nähten, die ich euch mal gezeigt habe. Die waren auch 29,90. Auch Größe 38. Die passen perfekt. Hier also Lack und dann diese schöne Farbe. Dann auch von H&M den Shorts. Ich habe den schon ganz oft bei H&M gesehen. Ich habe ihn aber nie gekauft. Und jetzt war er 10 Franken. Und jetzt habe ich ihn gekauft. Ich muss sagen, ich habe die kleinste Größe 34. Aber es ist trotzdem so locker unten. Also oben ist es gut. Es ist high-waisted. Also geht so bis zum Bauchnabel etwa. Aber unten ist es wirklich sehr breit. Und auch bei der kleinsten Größe ist es nicht eng anliegend. Sondern es ist wirklich breit. Aber ist okay. Ich meine für 10 Franken. Ja. Das war mir so ein Frustshopping. Und ich wollte mir eigentlich gar nichts kaufen. Aber musste ich natürlich. Dann war ich bei Mango und habe mir das hier gekauft. Und ich hasse Mango. Oh, wegen ihren Größen. Es steht halt immer so S. Und dann steht D, USA, XS. Und dann ist es meistens das S. Und ich lese halt immer hier. Beim zweiten. Aber ich muss eigentlich beim ersten lesen. Und ich habe gemacht, es ist ein XS. Aber dabei ist es ein S. Und dann ist es so, hä? Und dann habe ich nochmal reingeguckt. Und hier drin steht auch S. Und ich so, ja super. Und ich habe gemeint, es ist ein XS. Weil hier steht halt immer S, XS. So in jeder möglichen... In jeder Sprache die Größe. Ich meine, es ist ja nicht verschieden überall. Aber ihr wisst, was ich meine. Also E, E, F ist es ein S. D ist ein XS. Aber das ist ein S und kein XS. Ihr wisst, was ich meine, oder? Es ist immer die erste Größe und nicht die zweite Größe. Und ich gucke immer auf die zweite Größe. Weil dort ein D ist. Aber ich habe es angezogen. Habe gemerkt, das ist kein XS. Das ist ein S. Es ist ein bisschen... Also es ist nicht locker. Es passt. Aber das hier unten sollte eigentlich super eng anliegend sein. Und das ist es eben nicht bei mir. Darum könnt ihr euch denken, dass die anderen Sachen, die ich auch von Manko gekauft habe, ein bisschen zu groß sind. Weil, wie gesagt, ich habe die falsche Größe angeschaut. Ja, ich weiß. Aber ich meine, es passt. Das ist okay. Das war von 40 auf 30 reduziert. Dann habe ich Hosen. Und ich weiß nicht, was man mit dem machen soll. Das ist immer zu groß. Ich habe mir doch so eine 34. Und mal wieder habe ich falsch geguckt. Das ist eine 36. Und jetzt denkt ihr euch sicher, wie dumm bist du eigentlich? Aber ich weiß nicht. Ich gucke immer auf die D-Größe, wo halt Deutschland steht, ne? Oder steht das für etwas anderes? Weil sonst, ich gucke halt immer auf die zweite Größe. Und bis jetzt hat immer alles gepasst, was ich mir gekauft habe. Aber jetzt habe ich erst gemerkt, dass ich total immer auf die falsche Größe schaue. Und ich meine, hier steht zwar schon euch 36, was ja Europa bedeutet. Und ich habe immer auf das 34 geguckt. Und die sind wirklich super toll, weil die haben hier oben keinen Reißverschluss. Das heißt, die sind super bequem. Und die sind dann Skinny Jeans. Und so sehen die aus. Und die sind dunkelblau, weil ich habe keine dunkelblauen, weil meine Schwester sie mir geklaut hat. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Sie waren von 50 auf 24 reduziert. Und ich kann sie nicht umtauschen, weil sie reduziert sind. Und ich habe niemanden, in dem das passt. Ich kenne nur Leute, die eine größere Größe haben. Also größer als 36. Oder die halt kleinere Größe haben. Eine 34 wie ich und meine Schwestern. Also weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Ja. Naja. Das hat mich wirklich geärgert, weil ich habe mich so gefreut. Und dann ziehe ich sie zu Hause an. Und ich so, oh Gott. Ja. Blöd. Dann war ich bei Sarah vor zwei Wochen oder sowas. Ja. Habe mir ein paar neue Sachen gekauft. Die haben ich im Ausverkauf. Und ich habe mir das im Ausverkauf gekauft. Und ich habe das schon kaputt gemacht hier hinten. Ich muss eben gucken, dass ich das so zusammenknoten kann. Das ist einfach ein weißes Oberteil. Hier oben hat es eigentlich drei von denen. Von denen. Aber ich habe zwei abgeschnitten. Weil es sonst bis hier oben hinkommt. Und im Sommer ist es auch noch zu warm. Und dann ist die mir aber hinten gerissen. Und dann sind hier diese Dinger abgeflogen. Und das war glaube ich 30 Franken oder so. Ich weiß nicht, normalerweise habe ich immer super Glück beim Einkaufen. Ich weiß halt genau, was mir passt. Und dann nehme ich das. Und dann passt es mir immer. Aber in der letzten Zeit passt mir das meiste, was ich kaufe, gar nicht. Und ich habe wirklich keine losen Stunde in der Schlange zu stehen. Ja. Keine Ahnung. Bei diesen Mango-Sachen. Ich war so, oh, wieso? Dann das hier ist verkehrt herum. Aber ich habe das schon mal in einem Video angehabt. Das ist auch von Sarah. Das war glaube ich 30 Franken. So, und unten ist es halt auch so gestreift. Dann das hier war auch 30 Franken von Sarah. Hätte ich auch schon. Das hatte ich übrigens an, als ich unmöglich geworden bin. Also es war nicht so, dass ich zu viel Kleider anhatte. Weil das ist ja wirklich durchsichtig und leicht. Aber, oh Gott, ich habe keine Ahnung. Und da habe ich mir das gekauft. Das war 50 Franken. Und das war nicht im Sale. Ja. Da sehe ich oben so goldene Dinger. Und es ist lang und blau. Und hinten ist es so ausgeschnitten. Ja. Also ich habe jetzt die Mango-Hosen, mit denen ich nicht weiß, was ich mache. Und falls die irgendjemand haben will, ich könnte sie euch verkaufen. Ich würde sie auch verschenken. Aber ich ärgere mich gerade so fest darüber, dass ich 25 Franken dafür ausgegeben habe. Und ich wollte ja kein Geld ausgeben, weil ich gerade mein Geld eigentlich spare. Für meine Autoprüfung. Und ich halte mich so. Aber, ja, wie gesagt, falls sie jemand will. Ich habe sie noch nie in meinem Leben angezogen. Die ist noch ganz neu. Ist eine 36. Und es ist, glaube ich, eine echte 36. Aber, wie gesagt, ich habe die Größe falsch genommen. Und den Rest, der Rest geht halt schon irgendwie. Naja. Ja. Ich hoffe, meine Haare hat euch gefallen. Und bis zu einem nächsten Video. Tschüss.